Nur am Abend kann man, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, gegen Erlaubnis sich aus der Baracke, in der wir uns befinden und der es von Flöhen wimmelt, auf etwa eine Stunde in die Stadt begeben. Das Essen in der Memanche hier ist viel besser als in Hanau. Morgens gibt es den unvermeidlichen Mehlbrei. Mittags bekommt man wohlschmeckende, recht kräftige Suppe, ein schönes Stück Fleisch und drei Bohnen, von welch letzterem ich noch nicht gegessen habe. Heute Morgen aß ich zum ersten Mal von der Morgensuppe.